Man kennt sie bestens aus der ORF Comedy Challenge, Manuel Thalhammer und Michael Bauer. Jetzt waren die beiden Comedy-Shooting-Stars in Fösendorf zu Gast, um ihr Programm am Boden geblieben zu präsentieren. Also bitte, bitte, bitte nicht trennen. Da hinten ist ganz arm, weil ich so ein bisschen dick. Bei der Comedy Challenge belegten sie Platz 1 und 2 und nun wollen die beiden weitermachen. Aber die vermeintlichen Welt-Stars sind angekommen und zwar im Alltag. Das Scheinwerferlicht ist erloschen und jetzt, jetzt warten Aufgaben wie Geschirrspüler ausräumen, Müll hinunterbringen oder Wäsche aufhängen. Es gestaltet sich ein bisschen holpriger als ursprünglich geplant. Und darum geht es ein Stück weit, über das Scheitern ein bisschen, über Erfolg, über Erwartungsdruck. Ja, und auch darüber, sich gegenseitig so ein bisschen vorzuspielen, dass eh alles gut ist. Und vielleicht ist es aber gar nicht so. Gar nicht so und genau, das ist so ein bisschen der Inhalt. Ich sage euch, letztens habe ich dann einmal nach der Show einen Tisch reserviert im Restaurant mit Namen. Und wie ich hinkommen bin, schaut mich der Kellner an und sagt, der Herr Thalhammer, bitte. Dann haben wir doch da schon hier. Dann habe ich eingeben auf Google, Michael Bauer, Enter. Erstes Suchergebnis, ein Weingut in Kirchberg am Vagram. Das Stück ist am Boden geblieben. Würden Sie sagen, dass Sie nach dem Erfolg bei der Comedy Challenge tatsächlich am Boden geblieben sind? Ich kann es jetzt nur für den Manuel beantworten, er hat mir nach der Show das Du-Wort entzogen und wir sitzen uns jetzt wieder. Also von ihm kann ich es absolut nicht sagen, dass er jetzt nicht abgehoben wäre als vollkommen im Höhenflug. Ja, ist aber auch zu Recht, muss ich sagen, weil ich habe es ja auch gewonnen, diese Show. Als Zweitplatzierter ist es natürlich logisch, dass man da ein bisschen am Boden bleibt. Und es ist eigentlich auch so, wir treffen uns eigentlich nur zum Spielen und gehen dann wieder, jeder steigt in seinen Jaguar ein und fährt heim. Ich habe auch gar nicht seine Handynummer, also ich habe weder die Telefonnummer, ich weiß auch den Nachnamen, habe ich auf den Plakaten erst gesehen. Ausgetragen wurde die Veranstaltung im beeindruckend aussehenden, 2021 eröffneten Kulturgewölbe im Keller des Schlosses Vösendorf. Was macht das Ambiente, die Atmosphäre hier aus? Ja, ich finde die Bilder sagen eh schon alles. Jeder, der reinkommt, sagt, wow, so ein cooles Gewölbe, diese unverputzten Wände. Und dazu haben wir es halt ausgestattet mit modernster Technik. Auch da hören wir viel wow von den Künstlern, die kommen und sagen, wow, ist ja alles da. Ich stecke an und spiele von den Musikern. Oder wir haben einen super Techniker, unseren Tristan Braunsteiner, der ist einfach wirklich ein Goldstück. Da sind auch alle immer ganz zufrieden. Also wir bemühen uns sehr und hoffen, dass die Künstler es schätzen und wir hoffen auch, dass es das Publikum schätzt. Und annimmt weiterhin. Es strudelt. Es strudelt herein. Es ist, du musst fast ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in den Strudeln komme. Zum Beispiel an diesem unterhaltsamen Abend, einer Mischung aus Kabarett, Stand-up-Comedy und Impro-Theater. Wann und wo kann man sie demnächst wieder live erleben? Uns zwei gemeinsam kann man direkt hier wieder erleben am 29. April. Also schnell sein mit den Karten. Premiere ist schon ausverkauft gewesen nach kurzer Zeit. Auf, 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 auf! Auf, 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 auf. Bitte, he. Sierte, des Arraschen, nach Spies für uns.